Herzlich Willkommen zu einem neuen Part von Allemschutz von The Windraker. Wir haben letztes Mal alle Tiefers-Teile gesammelt. Tiefers-Karten und Mempmal. Vielleicht nehmen wir das auch. Diese Portemonnaie. Das ist eine Wolke hinter. Leute, ich werde sie vorhin in die Sonne fotografieren, ja? Die ist nämlich gerade voll. Und die ist auch groß und gelb. Und der Paul Nebel, er sagt ja, zeig mir das größte, das gelbste Größte, was ich jemals gesehen habe. Was du kennst. Du zwängst ja in die Sonne fotografieren, ja? Wenn sie da ist. Wenn diese Wolke mal weggehen würde. Ja, und dann machen wir das. Bisschen zünden. Ja. Wir halten. Gut. Dann versuchen wir aber jetzt erstmal, dass wir uns alle Karten von Tingle entschlüsseln, ja? Wenn wir das nämlich dann haben, dann können wir nämlich... ... ... und alle Tiefers-Teile dann holen. Wir wissen ja nämlich, wo sie sind, ja? ... ich habe dich vermisst was wollen wir spielen was wollen wir spielen du willst gar nicht spielen diese alte das beide gestuft sagt bloß du hast eine karte gefunden famos famos zeigt er zeigt er du kannst du kannst du die karten nicht lesen soll ich sie für dich entschlüsseln mach 3 8 die grubine und pick aber das ist wahnsinn der fehl bist du vielleicht mittel mittel los naja macht nichts ich hoffe du besuchst unseren tinglenturm bald mal wieder er dreht sich durch den ganzen von ganz voller magie das der magie oder mehr und sand ist die karte in meiner hand du hast dir die karte entschlüsseln lassen du weißt jetzt wo du den tiefen schlüssel finden kannst du hast dir die karte macht den stopp soll ich dir noch eine karte entschlüsseln macht das machen wir so lange bis wir entweder keine keine wir sind wir keine bühne haben wir entweder uns die karten einschlüsselt hat oder bis wir keine bühne mehr haben ja es kann sein dass uns die bühne ausgehen ich weiß ob sie ob sie reichen ja ich hab also ich glaube dass diese bühne es nicht gleichen werden ja vier ich glaube aber ich habe es ja ich habe es ja so eine fotografiert aber ich glaube mal dass er gar nicht den mond ziehen will den vollmond ja ich weiß ich habe keine ahnung ich werde auf jeden fall die sonne verzeigen diesen typen in portemonnaie so jetzt können wir noch eine karte entschlüssel lassen von ihm nach der hier und dann ist es vorbei so und jetzt gucken wir warum es doch was entschlüsseln müssen wir die karte herr fe schläng dich an und find den schatz klugst du im sega-menü am imsel und kannst du die karte suchen dann hat ein litzel finden dann auch so fahr zu dich du kannst näher ran und find den schatz bis hier wieder der karte Leute, das waren alle. Es hat genau gereicht, die Turbine. Es hat genau gereicht. Wunderbar. So, erstmal jetzt noch Portemonnaie. Ah, shit. Nee. Leute, wir haben jetzt keinen Teil mehr gestellt. Leider, ich hab's vergessen. Mal gucken. Ich werde jetzt einen Teil mehr anschauen, weil wir schwach sind. Ich werde es so machen. Ich werde jetzt... ... ... ... ... So, jetzt hab ich eingestellt. Aber es bringt mir jetzt nichts mehr. Ja, was wollen wir nicht sein? Nämlich dieses Bild. Und wenn es das nicht ist, dann meinst ich sicher, dass es die Mondfutur erfüllen muss. Ja. Und wenn es das sein sollte, das ist halt zu erwähren dann. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich jetzt schon hab. Ich bin bestimmt nur die 5 Stunden, aber... Ich werde es so machen. Ich werde einfach anfangen. Ich werde einfach irgendwann beenden. Ich mein, ich hab 3,4 Uhr angefangen. Wir sind jetzt vorbei. Ja, ich mach jetzt bis 1 Uhr. Also bis 13 Uhr. Mal gucken, ob es... Ob ist das dann... Ob es dann... Ob es dann... Ja. Ob das reicht. Das reicht dann. Ja, das dann... Mit dem Fischhunde sein, ungefähr. Schade, du hast wirklich keinen schlechten Blick, aber leider hast du es nicht getroffen. Ich muss auch mal gucken, was ich ihm zeigen muss. Ja. Hast nicht ganz getroffen. Da hat er ein bisschen knallt. Okay. Ja. So, wir gucken uns mal. Ich hoffe, dass er noch ein Icon ist. Riesentzünder und die eine ist es gleich oben die anderen sind da woanders okay also wir fahren erst mal erst nach oben und holen sie Splitter ich habe vorher immer wenn ich die Karten so geguckt habe diese Karten hier diese Sifers Karten habe ich immer hier geguckt anhand dieser Inseln ja wo das sein könnte aber da wir die Wahnsinnskarte ja haben ich habe die Form automatisch kann ich genau gucken wo sie sind also einer ist genau oben also müssen wir erst mal nach oben ich meine wir kommen so nur ein Herzteil wenn ich dem das rote große gelbe Ding zeige was er da haben will aber irgendwie ich weiß nicht ich habe ja erst ich habe ja nur einer ein Viertel ja also von dem wir die 1 bekommen dann ein Viertel würde ich bekommen von vora orca ja ja ne der Kinder ja auch ein Herzteil wenn ich ihn besiege wenn ich ihn besiege ja wenn ich ihn besiege ja wenn ich fünfte mal treffe bevor er mir bevor er mich dreimal trifft dann hätten wir drei aber ich noch eins aber erst mal machen wir jetzt mal die Splitter ja ich bin gespannt wo das Ding ist ja ich bin gespannt wo das Ding ist ja irgendwo da war ein Zibidem muss es sein irgendwo da war ein Zibidem muss es sein irgendwie gut da war ein Zibidem wir sehen es ja davon ja wir sehen es dann ja da wo so hoch so ein hoher Strahl ist dann ist es dann habt ihr ja gesehen das ist aber kein Schatz sondern das ist der Splitter das kann ein Schatz sein oder ein Splitter wo ist das wo ist das wo ist das setze ich nur den Fisch da ist es hinter dem Tempel da drüben ist es aber das ist ein Schiff das stört uns nehmen wir mal die Bomben und hoffen das ist zu finden beim ersten Versuch beim ersten Versuch Leute geil beim ersten Versuch beim ersten Versuch beim ersten Versuch ich bin nicht verrückt weil jetzt fehlen sie nur noch das nächste weitere okay nächster jetzt fahren wir rüber zweimal rüber okay zweimal rüber zweimal rüber zweimal rüber zweimal rüber zweimal rüber die müssen wir die 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 rüber vor zwei Ich nehme jetzt mit. Es wird zwar kein Zielversplitter sein, aber es ist... Ja, aber ich ziehe es einfach mal mit. Ja. Ein Herzteil! Oh, geil! Das ist ja heftig geil. Daneben. Shit. Ich finde das auch so. Wenn ihr das neuerkommt. Und dann muss ich uns mit den Schatten... Ein Herzteil gefunden. Achtung! Jetzt weinen wir nur noch 2. Jetzt können wir bekommen, Vorder orca, noch eins für uns. Wenn wir ihn von wieder mal treffen, und die typen Portemonnaie hätten wir 14 Herzteilen nicht waren. mit den zwei auch 4 3 6 7 8 9 10 doch 14 herzelt dann ich möchte schon ein haben so eine tiefer schlitter ist im moment sehe ich noch nicht ich bin auch schon richtig oder naja ja genau diesen doofen schiff wenn sie mir auf die eier gehen dann muss ich leider versenken das mache ich jetzt gleich wenn die zu so auf die eier gehen ich fahr ganz nah hin shit wow ich bin ein bisschen zu weit weggefahren nein ach komm ich muss noch mal weg von stück tut mir leid ich muss noch mal ein stück weg fahren ja es geht also sch addressing gest alt im weddings j 16 mal wir haben ihn wir haben ihn wir haben ihn jetzt finden sie nur einen Beitrag so wo ist der nächste so wir haben das 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 jetzt fahren wir so So... Hier. Wir können Father Orchids machen. Ja. Oder jetzt einen Tieferspiel sammeln. Ich glaube... Ich werde erst einen Tieferspiel sammeln. Und dann werde ich Father Orchids machen, ja? Da ist eben einer. Im Moment sehe ich ihn aber nicht. Er ist schon hinter der Insel, ja? Hundertprozentig. Er hat eine falsche Wind. Jetzt habe ich das schon ganz schlimm. Ich nehme mich jetzt rundherum bei Father. Ich fahre nur so ein Zickert, damit ich ein bisschen Fahrt aufnehmen kann. Ja? Damit ich dann nämlich... Damit ich schon rundherum komme. Weil das... Damit ich... Ich sehe ihn schon. Halt ihn, ist er. Habt ihr gesehen? Das ist doch geleuchtet, oder? Oder täusche ich mich da jetzt? Nein, seht ihr es? Ich sehe es. Ich kann da nicht durch! Ach, was für eine Scheiße, hey. Was für eine Scheiße. Ich kann da ja gar nicht durch. Ich kann da ja gar nicht durch. Ich bin da hinten. Ich bin da hinten. Hier war... Hier war... Hier war Yabu Yabu. Ich hätte sie schon weggekriegt. Zeitmaschinen, erst mal eine Kopie an. Zeitmaschinen ist keinem erstmal. mal das sind jetzt viele weitere sollte hier macht speichern wir jetzt machen kein stück geht sofort weiter also bis gleich und jetzt das video kommentieren teilen und mich abonnieren sechs mal tschüss